Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Movie Review. Heute ist der Film X-Men Zukunft ist Vergangenheit dran und ich denke mir immer so, ich gehe meistens zur Premiere ins Kino zum Beispiel, da war ich jetzt auch bei der Premiere im Kino und was tue ich? Ich lade es eine Woche später hoch, obwohl ich glaube die erste Woche die Zeit ist, wo die meisten dann ins Kino gehen wollen und dann nenne ich mich immer so, wieso mache ich das nicht früher, aber ich hatte jetzt einfach keine Zeit und ich, ja, die Handlung ist jetzt ein bisschen zu groß. Mal gucken, ob es da vielleicht, vielleicht so eine kurze Zusammenfassung gibt. Okay, ich versuche es jetzt einfach so, wie ich es mitgekriegt habe im Film zu erklären, so dass ich nicht Spoiler und so, dass ihr es alles versteht. Also, ihr kennt sich ja alle X-Men Teile, ja, das kennt ihr sicher und es gibt eben X-Men 1, X-Men 2, X-Men 3 und dann gibt es noch X-Men Erste Entscheidung und jetzt gibt es X-Men Zukunft ist Vergangenheit und es geht eben darum, dass die sind jetzt in der Zukunft und die haben damals die Mystik, die Mystik ist diese blaue Frau mit diesen roten Haaren, die sich in jeden beliebigen Menschen verwandeln kann und deren Stimme, Optik und alles nachahmen kann quasi. Die hat jemanden getötet, der gegen Mutanten war und dann wurde sie in Gefangenschaft genommen und aus ihr wurden dann DNA entnommen, die zu Waffen quasi gebaut wurden, also die DNA wurden entnommen und wurden irgendwie so mit in Roboter reingebracht, dass die Roboter sich an alles anpassen können. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Feuer dir entgegenkommt, dann kann er das abwehren, weil er sich in eine Fackel verwandeln kann oder was weiß ich. Ich hoffe, ihr versteht das, die DNA von ihr wurde entnommen, in quasi Waffenroboter eingefügt, sodass sie sich auch an alles anpassen können. So, nun ist eben die Zukunft, dort ist das schon passiert und jetzt versuchen eben die X-Men nochmal zurück in die Vergangenheit zu reisen, um sie davon abzuhalten, ihn zu töten, damit sie nicht gefangen wird und damit das Ganze nicht passiert, denn mit diesen Robotern, die sich an alles anpassen können, würden alle Mutanten einfach sterben, weil sie keine Chance gegen die anpassungsfähigen Roboter hätten. Und da geht es eben darum, zurück in die Vergangenheit zu reisen, aber dann gibt es da wieder Probleme. Zwei Wochen in die Vergangenheit ist okay, aber nicht ein Jahrhundert und das kann dann eben nur der Wolverine machen, denn egal was bei ihm zerstört wird, es wächst einfach wieder, also er heilt quasi wieder und ein normaler Mutant würde daran eben sterben. Gut, er ist jetzt dann in der Vergangenheit und muss jetzt den jüngeren Xavier, also das ist eben der Schulleiter, der mit der Glatze, der im Rollstuhl sitzt, davon überzeugen, die Mystik abzuhalten, den einen da zu töten. Er denkt sich so, ja sicher, du kommst aus der Zukunft und ich soll dich geschickt haben, ja, ja, bla, bla, da gibt es dann eben so ein paar Unstimmigkeiten. Auf jeden Fall ist das wirklich eine sehr coole Story, muss man sagen, dass er zurück nochmal in die Vergangenheit reist und versucht quasi die Zukunft zu verändern. Und es wird wirklich was sehr, sehr Cooles noch am Ende geschehen, wo ich mir dachte so, ja cool, das finde ich jetzt cool, weil es wurden alle X-Men Filme dann mit eingebunden quasi, weil es ist ja so, in X-Men im dritten Teil ist die Jean gestorben, die mit den roten Haaren, die Jean Grey eben und auch der Scott, der diese Laser schießen kann und da dann die Zukunft so verändert wird, vielleicht leben die dann wieder oder auch nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall guckt euch den Film an, von mir habt ihr eine richtige Empfehlung. Jetzt noch ganz kurz zur Besetzung, da muss ich immer ein bisschen auf Wikipedia schauen, weil ich weiß das nicht alles natürlich, der Hug Jackman als Wolverine, den kennt natürlich jeder, den Michael Fassbender als Eric Lentzer, das ist der Magneto, also der Böse quasi, dann der James McAvoy, der spielt eben den Professor Charles Xavier, dann natürlich die Jennifer Lawrence als Mystique, die ist meiner Meinung nach so eine Hauptperson in dem Film und dann eben noch den Patrick Stewart, das ist der alte Professor Charles Xavier und der Ian McKellen ist der ältere Eric Lentzer, also der ältere Magneto. Ja, die anderen sind dann da, nur Nebensache. Ich kann euch sagen, sagen, ja klar, ich habe ihn mir übrigens in 3D angeschaut, ich kann nur sagen, ich empfehle euch den Film wirklich sehr, ich fand den richtig toll, vor allem da gab es jemanden, der konnte richtig schnell rennen und dann gab es so eine Szene, da lief er so richtig in Zeitlupe und alles, also er lief richtig schnell und das ganze andere war so in Zeitlupe, mir gefallen solche Effekte richtig gut und das sah so cool und lustig aus, also ich fand das einfach nur richtig cool und deswegen wird dieser Film von mir auch ganz sicherlich 10 Sterne bekommen, denn er hat mich überrascht, ich bin mit weniger Erwartungen reingegangen und wurde dann nochmal übertroffen, also ich muss sagen, richtig, richtig cooler Film und ja, Leute, also von mir habt ihr eine Empfehlung, ab ins Kino, ich weiß es gar nicht, ich gucke mal, wie lange der noch läuft, kann man glaube ich gar nicht nachgucken, ob es eine E-Mail bekommen, ach, das hört er eh nicht, glaube ich, ich hoffe es zumindest nicht, ja, also keine Ahnung, ich fand den einfach richtig cool, daneben das Popcorn einfach zu essen, weil es ständig so spannend ist und den Kübel einfach aufzuessen in so einer kurzen Zeit, ich glaube zweieinhalb Stunden hat der gedauert, ähm, wo steht denn das, wie viele Minuten der ist, ähm, steht jetzt gerade nicht da, auf jeden Fall geil, Marvel, ich bin sowieso ein großer Superhelden und Marvel Fan und muss sagen, ähm, die übertreffen sich mit den Filmen immer wieder, ähm, ja, einfach nur geil, ich hätte mir zwar gewünscht, dass ein bisschen mehr mit diesen älteren Ichs quasi, ähm, gespielt wird, deshalb ziehe ich vielleicht einen halben Punkt ab, 9,5, ähm, aber im Grunde genommen hat das alles so gepasst, wie es einfach war und dann würde ich endgültig sagen, ich gebe ihn 10 Sterne von 10 Sternen, ähm, finde ich einfach nur geil, guckt ihn euch auf jeden Fall an und wenn ihr ihn schon angeguckt habt, schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet, ob ihr ihn euch angucken möchtet oder ob ihr generell nicht so die Kino-Gäher seid, also ich gehe ja so oft ins Kino, ähm, den nächsten Film, den ich mir eigentlich gerne angucken möchte und auch euch vorstellen möchte, heißt, ähm, ach, dass ich es jetzt richtig ausspreche, ne, Maleficient, ähm, das ist mit der Angelina Jolie, das ist ein, quasi ein Märchen, Dornröschen, aber in ganz anderer Form, das kann man vergleichen mit Hänsel und Gretel Hexenjäger, das sind die, die die Hexen aufgeschlitzt haben und so richtig hart getötet haben, also quasi eine Horror-Version davon, das ist eine actionmäßige Version davon mit irgendwelchen Kreaturen, die Flügel haben und so weiter, werde ich mir auf jeden Fall angucken, ja, sonst gibt es eigentlich noch nichts so Neues zu erzählen, was ich noch vielleicht erzählen kann, ist, hm, was mir heute so am Tag passiert ist, heute ist leider eine kleine Babykatze verstorben, oh, jetzt läuft das Telefon schon wieder, fünf Katzen haben wir ja gehabt, eine war ganz schwach und hatte auch Katzen schnupfen, wir waren da mit beim Tierarzt, aber die hat es leider nicht geschafft, Ruhe in Frieden und das Leben geht trotzdem weiter, ähm, ich hoffe, sie hatte ein schönes Leben, ein kurzes Leben, aber ich hoffe, sie hatte ein schönes Leben und ja, Leute, wie gesagt, ich möchte euch da jetzt nicht irgendwie runterziehen oder so, immer alle schön positiv denken, dann ist die Welt in Ordnung und ja, das war's von dem Movie Review, das kommt wahrscheinlich morgen, denn heute, denn gestern kam ja dann, ach scheiße, wie mache ich das denn? Gestern kam ja, ähm, ein Last Team Standing mit einem Ungeantwortet, dann kommt heute die, eben dieses Video hier und dann ein Last Team Standing, aber dann kommt wieder kein Ungeantwortet, mal gucken, vielleicht kommen ja morgen auch drei Videos. Ja gut, Leute, ich würde sagen, das war's, haut rein, Leute, lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat und ich würde sagen, ciao, sen, kein Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.